Jo, hi, willkommen auf dem FVR Gamers Kanal. Heute steht das letzte WM-Vorrundenspiel an. Ghana gegen Uruguay. Ich habe mich für Ghana entschieden, mit denen zu spielen. Und ja, bin dann mal gespannt, was für Achtelfinalspiele ich spiele. Ich hoffe, ich bekomme das dann auch alles zeitlich hin. Ja, gut, ich hoffe, folgt die WM jetzt eher nicht so. Ich muss dann gucken, wer so dabei ist. Ja, ich trage lieber hier FIFA als zu Google. Und ja, bedanke mich schon mal so weit, dass da die WM-Vorrunde geguckt hat bei uns. Ja, danke fürs Google. Ja, falls ihr uns noch nicht abonniert habt, würde man uns freuen. Ja, ja, Likes sind immer toll. Ja, und gut, dann starte ich mal mit dem Spiel Ghana-GU-Uruguay. Wünsche euch viel Spaß dabei. Ja, hoffe, ich habe eine halbwegs gute Mischung gefunden. Es ist jetzt doch darauf hinaus gelaufen, dass ich immer nur Endspiel pro Tag gemacht habe. Hatte ja immer noch überlegt, ob ich irgendwie zwei zustande kriege, aber es hat zeitlich nicht so hingehauen. Ja, deswegen ist es immer nur auf Endspiel hinausgelaufen pro Tag. Aber ja, ich denke, das reicht. Genau, ja. Und dann lege ich mal los. Viel Spaß beim Google. Vielen Dank. 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 Goal for Uruguay. Number 9. Number 9. Luis Suarez. Jazz. Hasnágen. Vielen Dank. 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 Goal. Vielen Dank. 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 Goal for Ghana! Goal for Ghana! Goal for Ghana! Number five, Thomas Hardtay! Goal for Ghana! 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 Goal for Ghana!